Und ja, heute reden wir mal über das Thema, ist dein Partner wirklich frei? Ja, also ich weiß ja, es sind ja viele, boah, sind da gerade lang geflogen, sind ja viele, ja auch logischerweise viele Singles bei mir, die vielleicht in der Mitte des Lebens sind und dann triffst du auch Leute, die auch die erste Runde hinter sich haben und ja, wie frei sind diese Personen dann? Und dann hatten wir auch noch eine Frage, wird immer wieder gefragt, welchen Kurs machen will, wo soll ich denn anfangen? Leute, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man Liebeskummer hat, fängt man bei 0 an, wenn man keinen Liebeskummer hat, fängt hier bei Modul 1 an. Und da habe ich auch noch mal kleine, was heute jemand geschrieben hat, wollte nur mal sagen, hatte ewig überlebt, ob ich die Kurse machen soll, kostet ja ein bisschen. Na, come on, Leute, die drei Döner, habe jetzt 0 bis 3 gemacht und bin extrem weitergekommen, habe wirklich ein total neues Lebensgefühl, alles ist viel leichter geworden, bekommen übrigens nichts für die Werbung. Tausend Dank, findet ihr auf YouTube unter dem letzten Video. Also, fangt einfach an und diese Kurse haben schon durch die Nummerierung eigentlich ziemlich gute Abfolge. Gut, aber jetzt gehen wir mal los, wenn du auch viele Fragen hast, kannst du einen Formel auf www.liefk.de stellen von Niki Lotzkula und sie schreibt, Lieber Christian, ich kenne dich und deine Arbeit bereits seit zweieinhalb Jahren. Durch dich habe ich vor allen Dingen aus einer destruktiven, perspektivlosen Beziehung geschafft und meine Angst überwunden. Vielen Dank dafür, habe Kurs 0 und 1 durchgearbeitet, dann den Datingkurs angefangen. Wie jetzt beim Bindungsängster-Kurs war, ich befürchte, passiv bindungsängstig zu sein. Vermute, es sind, also abgesehen davon, dass sowieso total weit verbreitet ist, sind das sehr viele hier auf dem Kanal, können wir mir vorstellen. Ich bin Mitte 40, habe zwei Kinder, war auch schon verheiratet mit Haus, Kind und allem drum und dran. Diese Beziehung war mehr als schwierig. Insgesamt waren wir zehn Jahre zusammen. Die Ehe lief gut, aber nachdem die Kinder da waren und das Haus gekauft war, wurde es schwierig. Der Klassiker, ich wurde abgewertet, er ist natürlich nicht so ein Klassiker und will nicht unterstützt. Es ging nach vielem hin und her, er ging nach vielem hin und her und fand sofort eine neue Frau auf einem Meditationsweg. Klammer auf, ja besser als Online-Dating scheint gut zu funktionieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nach der Trennung fühle ich ein tiefes Loch. Ich war ganz fixiert darauf, einen neuen Mann zu brauchen. Ja, das ist ja immer kein guter Start. Lieber erst mal Single bleiben, ein halbes Jahr, Dating-Pause. Also das ist, sag ich immer, wie hungrig einkaufen. So nie die Daten, ganz schlecht. Da könnt ihr auch blutendes Fleisch in ein halbes Fischbecken werfen. Und da bin ich mal gerade anfällig für diese ganzen Sachen, Love-Bombing und so. Ich war überzeugt, ich muss einen Mann finden, der mich absichert, real und emotional. Leute, versucht immer so selbstständig zu werden, wie es nur geht. Also von anderen abhängig sein, immer scheiße. Ich gerierte bei Online-Dating an einen sehr eifersüchtigen und sogar, okay, ich will euch hier nicht triggern. Ich habe mir viel gefallen lassen und eine Schwerttrennung geschafft. Nach einigen On-Offs begriff ich, dass ich emotional abhängig war und mich besser abgrenzen muss. Mein nächster Partner war 20 Jahre jünger als ich. Völlig unreif natürlich, der sein Leben nicht geregelt bekam. Zu viel Trank und kiffte und nicht mein... Kiffen ist doch total in Ordnung. Heutzutage ist so alles easy. Und nicht mein Helfer-Syndrom voll ausleben konnte. Okay. Nach vielen On-Offs, On-Off, könnt ihr vergessen, mit viel Versöhnung, Drama etc. erkannte ich, dass ich co-abhängig bin. Arbeite mich auch hier erfolgreich raus. Es hat sehr wehgetan. Es war der schlimmste Liebeskummer, den ich je hatte. Durch deinen Liebeskummer-Kurs und den stoischen Nullkontakt habe ich es geschafft. Dann kamen Männer ohne Potenzial. Ich habe dir deine Videos in Dauerschleife gehört und war mir in meiner Standards und Dirager ziemlich bewusst und setzte diese auch durch. Ist schwieriger, als man erst mal denkt. Ja, absolut. Die Theorie ist nämlich das eine, die Umsetzung ist jedoch der Game-Changer. Das sage ich auch immer. Versucht es möglichst sklavisch umzusetzen. Nicht so... Danke für deine wertvollen, eingegangenen Tipps. Das hat mir einiges erspart, aber ich stecke auch gerade irgendwie fest. Aktuell befinde ich mich seit vier Monaten einer Beziehung auch online kennengelernt mit einem verheirateten Mann, der seit zwölf Monaten in Trennung lebt. So, ja, okay. Er wohnt in der Einliegerwohnung im eigenen Haus, sie oben in der Hauptwohnung mit den beiden Kindern. Er finanziert bisher alles weiter. Den Kredit für das Haus, die Kinder, Reparaturen, Autos, Haus, laufende Kosten, Hund, Katze, Maus. Sie hat einen kleinen Job seit, also so einen, wie sagt man, 500-Euro-Job. Arbeitet seit vielen Jahren nicht mehr, so im größeren Rahmen, weil sie angeblich nichts findet. Also ich, was ich so gehört habe vom Arbeitsmarkt, sehr unwahrscheinlich. Er fühlt sich verantwortlich, will den Kindern das Zuhause nicht nehmen und akzeptiert die Wohnsituation. Ja, also da gibt es, glaube ich, wirklich Tausende, Zehntausende Männer, die in solchen Problemlagen sind und die auch immer Angst haben, wenn sie die Daumen schrauben. Was heißt, die Daumen schrauben, wenn sie einfach sagen, ey, so können wir das nicht weitermachen. Und das ist auch für viele Männer, also ich kenne das auch so, dann zieht man dann aus. Also er hat ja immer eine Einliegerwohnung und dann das ganze Ding, Haus weg, Kinder weg, Frau weg und naja. Aber gut, ich meine, es ist dann halt so. Und nur dann so zu tun, als wenn das alles so weiterlaufen kann, ich meine, es ist seine Entscheidung, aber die Engländer sagen wie immer ready, willing und able für eine neue Beziehung, ne? Also überhaupt eine Beziehung wollen, offen sein dafür und auch in der Lage sein, so, sag ich mal, von den äußeren Rahmenbedingungen eine Beziehung zu führen. Das sehe ich hier in so einer Konstellation nicht so. Und ich weiß, die ist super häufig auf dem Online-Daddy-Markt. Aber, naja, lesen wir mal weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es in Einzelfällen beim ungarischen Hausmeister, der, ja, des australischen Poolboys von deinem Großonkel irgendwie geklappt hat mal, aber, hm. So, ähm, er fühlt sich verantwortlich, will den Kindern ins Haus nicht nehmen. Okay, und akzeptiert die Wohnsituation. Sie hat sich, sie hat sich von ihm getrennt. Hm. Tut mir gerade ein bisschen leid, der Typ, muss ich sagen. Ja, pümpert sie oben mit dem Neuen. Also, ist ja schön, ich meine, warum kann er ja nicht woanders wohnen? Da kann doch irgendjemand anders in einer Einlegerwohnung wohnen. Also das sind alles so Fragen, das ist jetzt nicht so richtig logisch so, ne? Also er zieht sich dann rein, dass sie wahrscheinlich einen Neuen hat. Und, ach, je. Aber viele Männer haben zu Recht total Angst, Kontakt zu ihren Kindern zu verlieren. Mit Recht, wirklich. So, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, will auf jeden Fall vermeiden, wieder aufs Weitere Gleis gestellt zu werden. Ja, da kommt ja auch das Thema passive Bindungsrangs rein. Weiß nicht, ob du schon mal Modul 4 oder Modul 9 bearbeitet hast. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so offensichtlich jetzt toxisch oder so, aber es ist so wieder, vielleicht auch aus eigener Bindungsangst, Leute zu daten, die nicht richtig da sind, so, ne? Das hatte ich auch in der letzten Beziehung zu hau. Future Faking ist mir ein Begriff, auch dies zu entlarven, indem ich wollte Taten umsetzen lassen. Gut, wie du es eben auch beschreibst, dann mach doch das jetzt, auf geht's. Nur ist das in dieser Situation gar nicht so einfach, da es finanziell einfach nicht geht. Das Haus müsste verkauft werden. Das geht schon, das ist halt sehr unangenehm und dauert deswegen oft jahrelang. Gehen tut das schon, ganz bestimmt. Das geht, ganz, lass dir nicht einreden, dass es nicht geht. Die wollen es einfach nicht, ne? Also nicht, dass ich jetzt nicht Verständnis hätte, wie schwierig das ist, aber meine Erfahrung ist, es geht. Es ist nur ätzend, ne? Das Haus müsste verkauft werden, sie müssten sich einen, sie müsste sich einen vernünftigen Job suchen, auch eine Wohnung finden. Ja, das ist alles möglich. Er ist ultra lieb, also vielleicht sagen wir mal, vielleicht ein bisschen People-Pleaser, co-abhängig. Hat ernsthaftes Interesse an mir, glaube ich. Ich kenne meine Kinder bereits und besuche mich jedes Wochenende. Ich bin noch nie bei ihm gewesen. Ja, da geht's schon los, ne? Da geht's schon los, ne? Da vermeidet jetzt wahrscheinlich jeden Konflikt und das wird dich auf die Dauer aufreiben. Weil dann der Ex da wohnt und ich nicht das Bedürfnis habe. Ach, du willst auch gar nicht. Okay. Er genießt die Zeit natürlich bei mir sehr. Wir haben die gleiche Interesse, gleiche Weltanschauungen und passen auch batchfortmäßig gut zusammen. Könnte alles schön sein. Ich merke, wie es in mir arbeitet. Dies kommuniziere ich auch ganz ehrlich. Immer dann bewegt er sich, geht mit der Ex ins Gespräch, zeigt mir damit hier auch eigentlich, dass er da weg will. Ja, aber so kannst du das nicht angehen, weil es ist für sie und für ihn vielleicht auch auf so eine schräge Art oder was heißt schräg, es ist bequem. Weißt du, du trennst dich, du musst deinen, du hast keinen Job, richtig. Du musst aber deine geile Wohnung nicht aufgeben, musst die Kinder, bleibt alles so. Wie gesagt, das ist mit Trennung total ätzend. Und klar, ich kann es auch verstehen, irgendwo will den Kindern jetzt keine schlechtere Wohnung zumuten. Das ist ja ein bisschen wie so ein Nestmodell, was die da machen. Und das kann man auch alles machen, nur das für neue Partner ist das natürlich Gift. Und ich finde schon, dass er sich da auch nicht so richtig gerade macht. Aber wie gesagt, es ist wie immer mit Kindern total vertrackt, weil natürlich hat man die im Kopf und vielleicht auch, was ist für die gut. aber ich glaube, man macht sich da was vor, wenn man denkt, dass das auf die Dauer funktioniert. Es sei denn, man sagt halt, nee, neue Partner haben da keinen richtigen Raum, vielleicht mal ein Situation-Ship oder sowas. Aber wir machen ja so ein Nestmodell, wo eigentlich für andere kein Platz ist. Da muss man den Drops halt lutschen sozusagen. Aber wie gesagt, du bist da wieder in der Warteposition, genau. So, wo waren wir denn? Aber eigentlich müsste das mit dem Haus geregelt werden, da tut sich nichts. Er macht sich Sorgen und die Kinder, seine Ex, ja, wird ziemlich verpeilt und er weiß nicht, ob sie es alleinerziehend so schafft. Ja, ich meine, du kannst jetzt deren Probleme nicht lösen, aber er hätte ja auch da bleiben können, vor allem, wenn sie sich trennen will und alles verpeilt. Aber man steckt ja halt nie drin, das ist immer, wie gesagt, das ist immer so kompliziert und du kannst nur dieses annehmen, was da ist und überlegen, was für dich richtig ist. Das ist immer das Gleiche. Aber ändern wirst du, auch ihn wirst du nicht ändern. Er hat für meinen Geschmack sehr viel Verständnis für sie. Ja, also ich glaube nicht, dass er in so einer Position ist, wo er wirklich committete Langfristbeziehungen führen sollte, kann ich hier echt nicht sehen. Also ich glaube, schwierig. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. So, er sagt, er wolle niemals zu ihr zurück, das wäre keine Option, allerdings seine räumliche und finanzielle Trennung eben schwierig und es bräuchte Zeit. Also wenn das schon jemand sagt und auch nicht richtig vorantreibt, das wird fünf bis zehn Jahre dauern, glaub mir. Und schon sehe ich mich wieder auf dem Weitergleich stehen, die Spinnenwebe im Haar. Ich will aber auch nicht übertrieben streng sein, denn ich kann die Situation durchaus nachvollziehen. Das spielt keine Rolle, ob du das nachvollziehen kannst. Das ist schön, aber es ändert leider nichts, dass deine Bedürfnisse hier nicht befriedigt werden, so auf die Dauer. Also ein paar schon und für eine Zeit war es ja jetzt auch gut, aber es ist halt nicht das, was du langfristig willst. Muss man dem vielleicht mal ins Auge sehen. Du wirst auch ihn nicht ändern, auch wenn es kein Junkie ist. Ich finde es auch ganz toll, wie er sich um die Kinder kümmert, dass er sie sehen will und mit ihnen Zeit verbringen will. Er sagt, er möchte kein Arschloch sein und kein Rosenkrieg. Ja, aber das sind alles so Pübel-Pleaser-Geschichten. Also, aber wer weiß, was da genau passiert. Er dramatisiert das so, das will ich schließlich auch nicht. Ich will, dass er klare Kantezeichnung grenzenzieht. Ja, auch hier, du kannst auch ihn nicht verändern. Bedingungslose Akzeptanz, ne? Und dann akzeptieren oder eben nicht, dass das nicht erfüllt wird, was du nun haben möchtest, ne? Das will ich schließlich auch, also die Polarität leidet hier übrigens auch ziemlich. Ich sehe ihn leider als Schlappschwanz, der Angst vor seiner Frau hat und sich nicht durchsetzen kann. Ist nicht ganz falsch, vielleicht. Das ist nicht sexy und macht mich würdend. Ja, es bringt dir, aber deine Wut bringt dich da nicht. So hast du es jetzt x-mal angesprochen. Also, das ist im Endeffekt jetzt auch nicht viel anders als jemand, der aus einer Dreiecksbeziehung nicht rausgeht oder er vertröstet dich und er will es einfach nicht. In diesem Fall, also die Gründe sind letztlich auch egal, in diesem Fall aus Konfliktunfähigkeit. Und wie gesagt, wenn du jetzt auch nur sagtest, ach Mann, so eine richtige Beziehung würde ich eigentlich gar nicht ein bisschen, ja, ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen kuscheln hier und da, dann wäre es ja auch gut. Wobei, das würde dich, glaube ich, trotzdem nerven. Aber du willst halt mehr und das ist auch in Ordnung. Aber das ist immer das Gleiche. Das kriegst du von ihm nicht. Ich wäre gerne mehr mit meiner weiblichen Polarität, das gefällt mir sehr gut und ich genieße es an den Tagen, wo wir uns sehen, sehr. Wenn er Entscheidungen trifft und mir bei Kleinigkeiten hilft. Er ist aber auch leider der Typ, der mich viel entscheiden lässt, ist mir egal, muss ich dann oft hören. Vielleicht ist die fehlende Polarität das Hauptproblem? Nee, glaube ich gar nicht mehr so. Ich glaube, das ist wirklich diese Unbefriedigende. Weil letztlich wirkt das für dich, glaube ich, so, als wenn die eine höhere Priorität hätten als du. Und wie gesagt, das fühlt sich immer schass an. Hast du einen Tipp dafür? Dein Buch Feuer und Flamme? Habe ich bereits gelesen und kann alles gut nachvollziehen. Danke und liebe Grüße. Akzeptieren oder nicht mehr akzeptieren. Oder sagen halt, du, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr jetzt nicht an so einem Punkt, wo ihr euch trennen wollt, aber vielleicht zu sagen, du, ich glaube, das hat keine langfristige Basis hier. Lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen. Ob wir vielleicht mal wieder andere Leute treffen oder ich weiß es nicht. Aber einfach, ja, irgendwie zu sagen, das ist nicht, was ich will, dauerhaft. Und also, du zubbelst dann noch so zu viel an ihm rum. Sagst du, das ist ja auch kein Böse, aber das ist auch, auch so co-abhängige Leute können total nervig sein. Einfach zu sagen, ja, es entspricht, also dann auch klar zu sagen, was nicht genau deinen Bedürfnissen entspricht und dass er auch genau weiß, wie sich das im Verhalten so ausdrückt, was er deiner Ansicht nach nicht gut macht und was, also es geht nicht darum, was es gut macht oder so, aber dass das deinen Bedürfnissen nicht entspricht, was weiß ich, dass du brauchst, dass das da mal aufgeräumt wird oder dass er woanders wohnt oder dass er bei dir wohnt oder ich weiß nicht was und dass das einfach auf die Neffen geht, dass er ständig bei seiner Ex da rumhängt. Vermute mal, die Kinder werden ja nicht zu ihm in die Anliegerwohnung kommen und dann aber gar nicht mit viel Ladung oder viel Wut, sondern einfach, weil die Wut hast du ja auf dich letztlich, dass du dich da auch nicht richtig entscheiden kannst. Also dann Hopp oder Topf, ne? In diesem Sinne, mach dich bei den Kurse und wir sehen uns bald wieder. Tschau, lieben.